Hallo, ich bin selbständiger Taxifahrer und habe alle Tage mit sehr viel Freude zu tun und kriege ständig immer wieder neue Komplimente für meine Stimme. Ich möchte jetzt auf diesem Wege versuchen, meine Stimme zu vermarkten, sei es für Synchronstudios, Erlesungen oder irgendwas in der Art. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich irgendwoher eine Reaktion hören würde. Besten Dank, Frau Haus.